So, jetzt der Angriff gegen den Bauch. Ich ziehe ihn jetzt erstmal eng hierher. So, ich habe jetzt hier unten und in der Hüfte Platz, ruhe mich da mit der Hand durch, nehme das Jackenende, ziehen mit der Hand, Arm blockieren, die festen hier nach oben ziehen und ich drücke die hier rechts an. Das festhalten. So, der Bank, den Bauch erstmal hier belasten, herziehen. Das ist wichtig, sonst komme ich mit der Hand nicht unten durch. So, diese Hand hier, schön durchpulen, festziehen. Entweder, wie ich es gerade gemacht habe, hochziehen oder ich kann auch hier einfach nur anlegen. Und jetzt laufe ich hier rum und halte ihn fest. Von Tatschi, oder, ich sage hier, ich gehe noch weiter. Von Tatschi, komm, 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 komm. Nachfed�-Eck, komm, 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 komm. Wenn ich das nicht mache, sag, hier kommt der da unter der Partner, spiele ich durch. Wenn der ein paar Aufregungen unter liegen bleiben will. Daher muss er hierher, jetzt hab ich da erstmal Platz, ich geh mit der Hand schön durch, kann mir das hier in die Hand geben und tschüss, drehen ab, wie ich ihn dann festhalte, eigentlich nicht mehr, das ist egal, passt.